Hi meine Lieben, hier spricht Stina von Zülingsflämme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist die Karte, die mit dem Thema Bonding zu tun hat. Also ein Band miteinander zu knüpfen und je mehr man sich kennenlernt, desto tiefer geht das Ganze und desto mehr wird man auch entdecken, dass ganz viele Gemeinsamkeiten da sind. Das ist eine sehr schöne Karte. Ihr seht, wie hingebungsvoll beide miteinander verbunden sind. Ich halte euch die mal kurz ein bisschen näher. Es ist sehr kuschelig, es ist sehr sweet, es ist mit ganz viel Vertrautheit und mit einer ganz engen Verbundenheit. Wie gesagt, je mehr man sich kennenlernt, desto tiefer geht das Ganze. Das wird man meistens bei Gesprächen feststellen, dass man sagt, Mensch, ich habe etwas Ähnliches erlebt. Vielleicht sogar dasselbe, dasselbe im Grün, das wird wahrscheinlich nicht hundertprozentig das Gleiche sein, aber eine ähnliche Situation, wo eben auch die Empathie da ist und man sich besser versteht. Mucho amor aus Kolumbien.